Und zu unserem Tagesgespräch begrüße ich ganz herzlich Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Hallo. Guten Morgen, Frau Bildau. Ja, Herr Otte, die Bundeswehr wird heute 64 Jahre alt. Zum Geburtstag wünschen sich die Soldatinnen und Soldaten vermutlich vor allem eine bessere Ausrüstung und mehr Personal. Wann geht dieser Wunsch in Erfüllung? Wir haben alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Wir haben die Haushaltsmittel erhöht. Die Beschaffung wird so organisiert, dass das Gerät schneller bei den Soldatinnen und Soldaten ist, damit sie ihren Auftrag auch erfüllen können. Aber das Ganze wird noch eine Weile dauern. Aktuell ist die Situation ja so, es muss sich Material zusammengeliehen werden. In Afghanistan zum Beispiel ist die Truppe nicht mehr in der Lage, selbst genügend Lufttransporte zu stellen. Und da muss man sich Hufschrauber von privaten Firmen mieten. Da überrascht es ja schon ein bisschen, dass die Verteidigungsministerin jetzt vorschlägt, mehr Militärpräsenz der Bundeswehr in der ganzen Welt. Wie soll das denn gehen? Klar ist, dass die Beschaffung schneller vollzogen werden muss, dass wir besser werden müssen. Aber die sicherheitspolitischen Herausforderungen haben sich komplett geändert. Wir haben große Herausforderungen mit dem Vorgehen Russlands. Wir haben den internationalen Terrorismus. Darauf muss sich Deutschland einrichten. Wir müssen eine aktivere Rolle annehmen. Da hat die Verteidigungsministerin vollkommen recht. Eine aktivere Rolle, ja. Aber ist die Bundeswehr denn in ihrem aktuellen Zustand einsatzbereit? Die Bundeswehr ist einsatzbereit. Wir erfüllen die Anforderungen der NATO. Die Bundeswehr ist ein Garant für Frieden und Freiheit. Das Militärbündnis NATO ist das erfolgreichste Verteidigungsbündnis. Und alles zusammen, das ist der Garant für Frieden und Freiheit. Und dafür müssen wir uns stark machen. Jetzt gibt es ja die Idee eines Nationalen Sicherheitsrates. Die ist jetzt nicht neu und Sie unterstützen sie. Aber da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie der aussehen könnte. Wer würde ihm zum Beispiel angehören? Welche Befugnisse hätte er? Schließlich hat Deutschland ja eine Parlamentsarmee. Der Vorstoß der Verteidigungsministerin ist richtig und er ist gut. Zu sagen, wir brauchen einen nationalen Sicherheitsrat, damit die Kompetenz gebündelt ist. Damit Deutschland schnell reagieren kann. Damit wir auch nach außen deutlich machen, wir sind stark in der Verteidigung. Und diese Idee ist gut aufgenommen worden. Es wird jetzt auf europäischer Ebene diskutiert. Für uns ist wichtig, dass wir eine starke europäische Säule abbilden als eine von zwei Säulen innerhalb der NATO. Beides gehört für uns zusammen. Das Warum haben Sie jetzt erklärt. Aber wie sollte so ein nationaler Sicherheitsrat aussehen? Sind die Vorschläge der Bundesverteidigungsministerin denn gut genug überlegt, sodass man wirklich vernünftig darüber diskutieren kann? Diese Idee ist nicht neu, aber sie ist neu aufgestellt und formuliert worden. Zu einem richtigen Zeitpunkt. Wir stellen fest, dass die Vereinigten Staaten sich mehr und mehr zurückziehen, sprunghaft sind in der Politik, aber dass die Herausforderungen größer werden. Und hier müssen wir deutlich machen, dass wir in Europa uns stärker abstimmen müssen. Und hier muss Deutschland eine führende Rolle spielen. Wir sind größte Industrienation und wir haben ganz klar den Anspruch, Frieden und Freiheit zu verteidigen. Und dazu gehört ein Sicherheitsrat, dazu gehört eine einsatzfähige Bundeswehr und auch eine Parlamentsarmee, die sich dessen bewusst ist. Und eine Politik, die unseren Soldatinnen und Soldaten den Rücken stärkt, wie heute beim Gelöbnis hier vor dem Reichstag. Sie sind eben schon auf den Zustand der NATO eingegangen, haben die NATO gelobt. Aber wie sehr beschädigt ist das Bündnis, wenn so ein Land wie Frankreich es Hirntod nennt? Ja, der Begriff ist nicht gut. Er ist vollkommen überzogen. Und umso wichtiger aber ist es ja, dass wir jetzt deutlich machen, wir sind innerhalb der NATO gut aufgestellt. Wir müssen unsere Verantwortung, unsere Verpflichtungen übernehmen. Die Bundeswehr leistet einen Anteil für die NATO. Und wir müssen deutlich machen, die NATO ist der Garant für Frieden und Freiheit. Wir müssen die NATO stärken, mithin mit einer starken Bundeswehr. In einigen Jahren spätestens wird ja in jedem Fall ein anderer US-Präsident im Weißen Haus sitzen. Macht Ihnen das Mut für die Zukunft der NATO? Ja, wir müssen mit den Präsidenten leben, die gewählt worden sind. Wir stellen fest, dass sich die Präsenz der Vereinigten Staaten, der US-Streitkräfte wieder erhöht in Europa. Das ist ein wahrnehmbares Zeichen. Das sind Taten, die wir annehmen. Der Generalsekretär Stoltenberg war in der letzten Woche hier in Berlin. Ebenso der US-Außenminister. Beide haben betont, dass sie fest zum Bündnis stehen. Und dass Deutschland aber auch die Verpflichtung innerhalb dieses Bündnisses wahrnehmen muss. Aber für wie realistisch halten Sie es denn, dass in längerfristiger Zukunft dieses 2-Prozent-Ziel eingehalten werden kann? Der Bundesfinanzminister hat ja der Verteidigungsministerin erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dies ist ein mittelfristiges Projekt. Wir streben 1,5 Prozent an bis 2024 und müssen 2031 die 2 Prozent dann erfüllen. Für uns ist wichtig, dass wir 10 Prozent der NATO-Verpflichtung auch bereitstellen. Durch Unterstützung, durch Fähigkeiten, aber am Ende des Tages auch durch Investitionen in die eigene Truppe. Das heißt in die Bundeswehr. Und dies muss ein Prozess sein, den wir kraftvoll bestimmen und annehmen. Herr Otte, zum Schluss die Frage, die wichtige Frage auch. Haben Sie denn nicht die Sorge, dass mit diesen aktuellen sicherheitspolitischen Diskussionen Wähler verschreckt werden, abgeschreckt werden könnten? Ich bin der festen Überzeugung, dass die Wählerinnen und Wähler einen Anspruch darauf haben, dass wir das machen, was notwendig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch haben, in Sicherheit leben zu können. Und dafür steht die Bundeswehr, dafür steht die Polizei. Wir müssen die Sicherheitsarchitektur in Deutschland so aufstellen, dass Frieden, Freiheit und Sicherheit in unserem Land für unsere Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist. Das muss Politik gewährleisten können. Sagt Henning Otte in Berlin. Ich danke Ihnen.